Jo, Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu diesem neuen kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich euch kurz berichten, dass es ab sofort einen neuen Uploadplan geben wird. Es wird auf alle Fälle zwei Tage in der Woche geben, wo es Videos gibt. Und dann schaue ich einfach mal, ob ich es schaffe, noch mehr Videos hochzuladen. Genau, es haben sich nämlich mehrere gewünscht, dass ich doch zwei Videos die Woche hochlade und nicht nur eins. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie mache ich das am besten. Deswegen gibt es den Max Monday, an dem werdet ihr immer irgendeinen Schrott mit mir finden. Also irgendein Video, was mir gerade einfällt. Und den Wet Tense Day, das ist der Tag, an dem immer ein 10-Arten-Video hochkommt. Wenn ich es schaffe, ich muss selber erst noch reinkommen in das Ganze. Und schauen, wie das schulisch auch alles klappt. Aber ich bin da guter Dinge, dass das alles funktioniert. Genau, und ansonsten schaue ich einfach mal, ob ich es schaffe, zwischendurch noch ein Video hochzuladen. Aber das sind die zwei Tage, auf die ihr euch vorbereiten könnt. Und für alle, die trotzdem nicht genug haben, die können auf Instagram und Facebook und so vorbeischauen. Da wird auch immer öfters mal was hochgeladen. Die Links sind nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da einfach nochmal nach. Da gibt es dann nämlich noch mehr von mir. Und da werde ich wahrscheinlich auch ab und zu mal so kleinere Videos hochladen. Mal schauen. Aber auf alle Fälle die anderen zwei Tage, montags und mittwochs, findet ihr hier auf dem Kanal etwas. Und ich habe vor, ab sofort eure Kommentare in den Videos zu kommentieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.